Ich will erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Es ist eigentlich nicht einmal, was man die Türe hat. Deine Gerne macht es nur ein stummer Schwein nach Liebe. Deine Stingerstiefel segnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Herzen konnten niemals für dich sein Bruch. Arschloch!